Das beste Spiel 2020 Hey Kleiner, wollen wir einen Bauernhof aufbauen und die gesamte Gegend hier nur mit unseren Feldern bestücken und ganz viel Geld verdienen? Auch endlich kauft man sich nur Felder, erntet die ab, verkauft seinen Ertrag und verkauft das Feld wieder. Äh, Endzaft, dafür habe ich 25 Euro ausgegeben. Ja, hast du. Die Grafik ist außerdem auch nicht die beste. Aber, naja, immerhin ist das Spiel entspannt, ne? Äh, ja, sehr entspannt. Und was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung, es gibt kein gutes Tutorial in diesem Spiel. Mach einfach was du willst, kannst ja nichts verlieren. Okay, dann entfernen wir am besten mal das Unkauf von unserem Feld. Oh, verdammt. Naja, egal. Dann stellen wir mal kurz einen Helfer an. Ah, ich liebe dich, du kleines süßes Pferdchen. Was zum Geier hast du gemacht? Was ist hier passiert? Ey, dieses... Nach all dem Stress gehe ich nicht mehr schlafen. Am besten zehn Stunden. Bis 8 Uhr morgens. Es ist 6 Uhr. Okay, okay. Ich gebe dazu, es war mein Fehler. Ja, warten Sie. Äh, könnten Sie ein bisschen nach hinten fahren? Hallo? Ein bisschen? Äh, Herr LKW-Fahrer. Hallo? Okay, für das meiste, das ich dabei habe, habe ich vier Spielstunden für gebraucht. Vielleicht kriege ich ja die 80.000 für den neuen Anhänger. Ah, 6.000. Das ist dasselbe. Ha, den kriege ich jetzt. Was war das? Mein Helfer hat das Feld aber wirklich restlos benutzt. Okay, ich habe jetzt ewig gebraucht, das ganze Feld abgefarmt, um elf Quaderballen zu bekommen. Was kann ich damit nochmal machen? Achso, ja, wenn du zwei Hohlballen, einen Silagenballen und irgendwas anderes mit einer Maschine, die 400.000 Euro kostet, zusammenmixst, kriegst du Kuhfutter. Dafür habe ich das ganze Feld da hinten abgefarmt. Wieso spiele ich? Wieso spiele ich eigentlich?